Musik Die Belohnung, die man sich jeden Tag mit einem Stück Schokolade geben kann, die macht einen einfach glücklich und fröhlich. Musik Schokolade ist immer wieder interessant, wird immer wieder neu entdeckt mit anderen Kombinationen wie Kaffee, Whisky, Wein. Und diese Aromavielfalt macht Schokolade jeden Tag wieder anders. Musik Die Wahl der Bohnen ist natürlich ganz wichtig. Wir benutzen zum Beispiel Bohnen aus Ecuador, ein sehr guter aromatischer Kakao, aber auch die Rohstoffe, die wir sonst verwenden. Alles astreine Zutaten. Musik Eine gute Schokolade besteht natürlich erstmal aus guten Zutaten und natürlich aus einer sehr guten Verarbeitung. Und der Schokomong verbindet beides. Musik 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 Der Schokomong ist ein massiver Riegel mit den besten Zutaten. Gibt es in 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen und ist für jeden was dabei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020